Willkommen im Studio 53. Das Studio 53 existiert jetzt seit 1984, sprich 35 Jahren, hat natürlich als kleine Muckibude angefangen. Mittlerweile ist mir persönlich als Überzeugungstäter so ziemlich egal, ob jemand ein Sixpack hat oder nicht. Wesentlich wichtiger ist für mich ein kontrolliertes, ein betreutes Krafttraining, weil Krafttraining gut ist gegen Sarkopenie, gegen Muskelschwund, vor allen Dingen im Alter, fängt bereits auf 20 Jahren an. Weiterhin Beweglichkeit, Ausdauer, also das, was uns interessiert, ist Gesundheit, betreutes Training, Schwimmen, viel Wasserkurse, Reha-Sport und Präventionssport. Das ist unser EMS-Gerät. Jetzt fragt ihr euch, was das ist. Das ist unser EMS-Gerät. Jetzt fragt ihr euch, was ist EMS? Ihr kennt Geräte. EMS ist ein Elektrostimulisationstraining, kommt eigentlich aus dem Reha-Bereich, wird mittlerweile viel für den Muskelaufbau benutzt. Was oder wie machen wir das? Eure Muskeln funktionieren genauso mit Strom wie dieses Gerät. Das heißt, wir nutzen den Impuls von außen, um eure Muskel kräftiger werden zu lassen. Studien haben bewiesen, dass wir das mit diesem Training innerhalb von einem halben Jahr um 14 Prozent schaffen. Das heißt, Muskelwachstum allein durch Übungen mit Strom. So, wir befinden uns im Kraft-Ausdauer-Mädel-Zirkel. Das ist ein optimiertes, zeitoptimiertes Training. Das Ganze basiert durch eine ZIP-Karte, die auch individuell eingestellt werden kann. Wir können auch bis zwölf Leute gleichzeitig trainieren und von unterschiedlicher Alltagsgruppe, von Kindern bis zu älteren Leuten. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020